Moini, wunderbare Menschen des Interwebs. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Let's Play von Phoenix Wright Ace Attorney. Wir wollten uns einmal die Hottie-Klinik angucken. Was für ein wundervoller Name für eine Klinik. Hier lag Innie also im Krankenhaus. Ach du meine Güte, Frankenstein. Ja, möchtest du einen Patienten besuchen? Ach, ja, sind Sie einer der Ärzte hier? Ja, ich bin Direktor Hottie. Ich dachte nicht, dass ich mit dem Direktor selbst sprechen würde. Ja, wie kann ich dir behilflich sein? Ich würde Ihnen gerne einige Fragen zur Frau Innie Meini stellen. Frau Meini, Frau Innie Meini, ja, ach sie, ja das ist aber schade. Ich sag dir was, dieses Mädchen wurde schon vor langer Zeit entlassen. Hier stecken Sie also, mein Lieber. Sie wissen doch, dass Sie nicht abhauen sollen. Zurück aufs Zimmer mit Ihnen. Ach, Zuckermölchen, beruhigen Sie sich. Seien Sie doch nicht so streng zu einem alten Mann. Wagen Sie es bloß nicht wieder mit der Zuckermölchenmasche anzufangen. Wenn Sie sich nicht benehmen, werden Sie aus diesem Krankenhaus geworfen. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Schwestern so direkt und hart zum Chef sein dürfen. Das sollte doch jetzt klar sein, dass das nicht der Chef ist. Kommen Sie schon, seien Sie ein braver Junge und geben Sie mir den Kittel des Direktors. Okay, okay, verstehe ich schon, verstehe ich schon, ja. Ja. Genug jetzt mit dem, ja, wer zur Hölle sind Sie? Der Direktor Hottie. Die Schwester ist einfach verschwunden. Wie gemein. Der Einzige, mit dem ich reden kann, ist dieser Typ. Tja, besser als niemand, würde ich jetzt mal sagen. Nun, was wird eigentlich genau in dieser Klinik behandelt? Ja, wir behandeln alles mögliche, ärztliche, klinische Zeug, ja. Ärztliches, klinisches Zeug. Nun, die genauen Details kenne ich nicht, die interessieren mich nicht wirklich. Ja, was soll dieser Blick? Ach ja, gleich um die Ecke ist ein großes Allgemeinkrankenhaus. Wenn ihn nicht alle aufnehmen können, werden ihre Patienten hierher verlegt. Hier wird auch operiert, oder? Ja, hier werden Schönheitsoperationen gemacht, glaube ich. Glauben Sie? Ja, ich glaube, das ist so. Was wissen Sie über For Iny-Miny? Jetzt verstehen wir uns. Ja, sie wurde hierher verlegt aus dem Allgemeinkrankenhaus. Oh mein Gott. Aus dem Allgemeinkrankenhaus hierher? Welche Art von Operationen war denn erforderlich? Ja, nun, sie musste operiert werden. Das war echt schlimm, richtig schlimm. Was für eine OP war es also? Ja, nun, nein, nein, weißt du, das ist etwas, das kann ich nicht sagen. Und das sagen Sie mit einem freundlichen Lächeln. Herr Direktor. Sieh mal, das ist eben diese Sache. Dass er hat sie nicht über Patienten zurückreden dürfen. Das bleibt man doch aus dem Fernsehen, oder? Hast du doch auch schon gesehen. Hm, ja. Den werde ich wohl niemals dazu kriegen, dass er mir irgendwas verrät. Es muss doch etwas geben, was ich dem alten Kauz zeigen kann. Ähm, haben wir was, was wir ihm zeigen können, was uns hilft. Ähm, der Zeitungsbericht. Schönere Dinge. Ja, muss ich ihm ein Profil zeigen? Hm, Frau Ini ist echt niedlich auf diesem Foto. Stimmt doch, oder? Ja, 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 gewiss. Ich wünschte, ich könnte sie wiedersehen. Vielleicht beim nächsten großen Unfall. Das werde ich hier ausrichten. Ja, bitte. Ich werde auf sie warten. Ich glaube, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Und wenn sie morgen zur Sprechstunde kommt, würde ich sie wiedererkennen. Ich glaube das nicht. Ähm, hm. Ja, die Frage ist, kann ich ihm denn sonst noch irgendwas anderes zeigen? Also, darüber will er mir nichts sagen. Ähm. Ich habe halt sonst nichts, außer eventuell die Fotos. Ja, das hatte ich gemeint. Ja, hübsch. Das ist hübsch und aufregend. Was meinen Sie? Fällt Ihnen irgendetwas auf? Ist auf jeden Fall hübsch. Ich mag, ja, ich mag dieses Foto. Darf ich mir das ausleihen zu privaten Forschungszwecken? Ähm, nein. Besser nicht. Ich sollte seine Forschung besser nicht unterstützen. Okay. Da sagt er mir jetzt aber auch nicht wirklich mehr. Kann ich noch irgendwo anders hingehen oder so? Nee, okay, da kann ich jetzt in der Klinik selbst nirgendswohin. Hm. Dieser Patient macht Reha-Training. Das war ein anstrengendes, schmerzverzogenes Gesicht. Und der ölige Schweiß. Sein ganzer Körper schaukelt vor und zurück, schwankt, als fiel er gleich um. Hm, ja. Oh, nee. Unterbrechen Sie meinen Monolog nicht. Ich schildere hier Dinge. Oh, tut mir leid. Hm, ja, tut mir schrecklich leid. Das ist die Anmeldung der Klinik, aber es sieht nicht so aus, als wäre sie besetzt. Und der Wand hängt das aktuelle Wort an die Weisen. Wenn du etwas umsonst machst, ist Müdigkeit dein einziger Lohn. Nicht unbedingt die besten, die beste Botschaft für die Patienten, oder? Das muss das Wartezimmer sein. Es herrscht die typische Atmosphäre. Und so was gibt es auch. Aber ich sehe nicht gerade viele Patienten. Nun, ich lese, wie kommt es auf die Qualität an, nicht auf die Quantität? Was in aller Welt sollte das denn jetzt bedeuten? Ich frage mich, wohin diese Tür da ganz hinten führt. Ah, das ist das Röntgenzimmer. Wie können Sie meine Gedanken lesen? Ja, tja, nun, weil es das Röntgenzimmer ist. Ja. Dieser Typ ist irgendwie eigenartig. Und ich weiß, dass es nicht an mir liegt. Ich kann mit ihm halt nicht über mehr reden. Was soll ich ihm denn zeigen? Soll ich ihm die Pistole zeigen? Ne, okay. Dass das nicht funktioniert, ähm... Habe ich mir schon gedacht. Okay, aber das Ding ist, ich kann ihm halt wirklich... Nichts weiter... Oh, warte, Moment. Ich könnte ihm... Moment, Moment, Moment. Was ist denn mit Dr. Gray? Ich würde sie gerne zu dieser Person befragen. Nein, nichts. Diese Person braucht nicht zu untersuchen zu kommen. Würde ich nicht machen. Selbst das möchte gern Arzt. Bekommt er von mir eine 6. Okay, das, äh... Funktioniert nicht. Was mit dem Autopsie-Bereicht? Okay, möchte er mir auch nichts sagen. Ja, gut. Das Ding ist, ich kann sonst nicht wirklich irgendwas anderes präsentieren, was jetzt Sinn ergeben würde. Außer, ich könnte ihn zu sich selber befragen. Und jetzt bin ich. Ja, mein schönes Haar zeigt meine Klugheit. Sollte ich so aufversuchen, die neue Frisur, die ich erfunden habe. Ach, dankeschön. Derzeit kein Bedarf. Okay, aber er erzählt mir halt leider überhaupt nichts. Dann würde... Ich würde mich einmal gerne... Okay, hier kann ich nichts machen. Okay, in der Strafmaßstelle hat sich nochmal was verändert. Weil ich komme an ihm nicht vorbei und ich kann ihm jetzt auch nichts anderes zeigen, was uns weiterhelfen würde. Deswegen gucken wir uns einmal woanders um. Oh, Mia ist da. Felix, schön dich zu sehen. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, deswegen wollte ich sehen, wie es dir so geht. Du könntest wieder gefilmt werden. Manchmal muss man im Leben gewisse Risiken eingehen oder in meinem Fall im Tod. Wie auch immer. Wie geht's dir? Hast du was Brauchbares rausgefunden? Nur wenig. Ich glaube, so langsam komme ich dahinter. Stückweise sozusagen. Alles wird sich bis morgen irgendwie auflösen. Dann können wir einmal mit... Ja, reden. Es gibt noch eine Menge Fragen, die du vor dem Prozess morgen beantworten musst. Du meinst, wie zum Beispiel der wahre Mörder in das Zimmer gelang und Dr. Grey töten konnte? Ja. Und wann hat der Mörder den Beschwörungsraum betreten? Ihr standet doch alle vor dem Zimmer rum, nachdem die Beschwörung begonnen hatte. Das heißt, der Mörder muss vor der Beschwörung in das Zimmer gegangen sein. Jedenfalls glaube ich das. Aber Maya hat doch schon gesagt, dass niemand sonst da drin war. Stimmt auch wieder. Wenn wir nicht ermitteln, wo der Mörder war, geht es uns wie einem gestrandeten Wal. Ja, aber das Ding ist ja, die Kiste, ähm, die Kiste, diese Truhe, die war ja, ist ja erst aus diesem Nebenzimmer verschwunden und dann war sie im Nebenzimmer wieder. Und es war ein Einschussloch in dieser Truhe und zwar 20 Zentimeter über dem Boden. Deswegen glaube ich nämlich, dass diese Truhe hinter diesem, ähm, diesem, diesem, Gott, wie, wie, jetzt habe ich echt den Namen vergessen. Wandschirm? Wandschirm. Wandschirm? Ähm, hinter dem Wandschirm stand und dass sich da eben die Person, ähm, drinnen versteckt hatte. Also der, der, der wahre Täter. Er hatte die Truhe da drin präpariert, hatte sich in der Truhe versteckt und dann hatte er eben, ähm, Dr. Gray, Dr. Gray, Dr. Gray ermordet. Ich dachte, ich würde diesen Tag nie erleben. Fragst du mich ehrlich nach Beschwörung? Dieser ganze Fall dreht sich doch um Beschwörungen. Und ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nichts davon verstehe. Nun, das ist ganz normal. Schließlich sind Beschwörungen nichts Alltägliches, oder? Ja, ich glaube, du hast recht. Die Fähigkeit, seine physische Erscheinung in die Person zu ändern, die man ruft, war etwas, was sich unsere Vorfahren, die mystische Amy Faye, angeeignet hat. Diesen Namen habe ich schon mal gehört. Die Familie Faye war ursprünglich für die Verehrung der Götter bekannt. Als die mystische Amy auf die Welt kam, war durch ihren Namen ihr Schicksal bestimmt. Denn sie wurde nach einem der Buddhas des Buddhismus. Ami... Ami... Amitapa benannt? Ich habe leider keine... Ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen, aber ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht. Bis zum heutigen Tag ist ihre Seele in der heiligen Urne von Korain eingeschlossen. Normalerweise steht die Urne auf dem Holzsteg und sie trägt Amis Namen. Äh, ja. Genau. Zu der Urne gibt es ja noch was. Ach Mensch, Phoenix, das ist doch nur ein Märchen. Und dass ich dich sehen kann, ist also auch nur ein Märchen, oder wie? Nun, es ist an der Zeit, dass ich verschwende. Mia! Wir stecken in großen Schwierigkeiten, wenn der Wachmann mich hier sieht. Phoenix? Ja, Chefin. Es gibt noch einiges an Schmutz in diesem Fall. Wenn du glaubst, alle Beweise gesammelt zu haben, dann komm wieder zurück. Ja, Chefin. Toll. Ich hatte mir ein bisschen mehr Hilfe tatsächlich von, von, äh, mir erwartet. Aber ich weiß nicht, was soll ich den, ähm... Was ich den Opi zeigen soll. Mit Lottak kann ich ja auch nicht wirklich reden. Ich weiß nicht, ob es hier irgendein... Ich, ich, ich... Sie war ja, sie war ja selber nicht da in der Klinik, ne? Das heißt, wenn ich jetzt ihr das zeige, ja, dann... Kann sie mir darüber leider nichts sagen. Ich könnte jetzt eben nur noch mal gucken, ob, ähm, sich irgendwo was verändert hat. Aber hier hat sich leider nirgends was verändert. Ähm. Genau, ah, beim Verkehrsunfall, aber, hm. Die Frage ist, habe ich genug Beweise? Ich glaube, ich habe da noch nicht genug Beweise. Die Beweise, glaube ich, bekomme ich in dieser Hottie-Klinik dafür. Ne, ne, okay. Da sagt sie mir nichts. Aber das Ding ist, wir könnten mal gucken, was die erste Frage ist. Mal schauen. Mal schauen, was die erste Frage ist. Ob wir vielleicht doch was rausbekommen können. Aber ich glaube, dass wir die Beweise hierfür erst aus, ja, der Hottie-Klinik holen müssen. Wessen Unfall? Vom Unfall ihrer Schwester natürlich. Und, oh ja, diese Personentyp Dr. Gray hat dafür gesorgt, dass meine Schwester einschläft. Und, äh, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Interessant. Inni hat eben gefragt, wessen Unfall. Das heißt, sie muss noch etwas über den Unfall einer anderen Person wissen. In Ordnung, dann wollen wir mal das Thema wechseln. Warum erzählen sie mir nicht von dem Unfall einer gewissen anderen Person? Hm? Der Unfall einer anderen Person? Und wen haben sie dabei gedacht? Äh. Das weiß ich leider nicht. Nee. Ich glaube, dafür brauche ich mehr Infos. Ja, und diese Infos bekommen wir eben in der Hottie-Klinik. Aber die Frage ist... Wie bekomme ich den Typen, der offensichtlichen Patient ist, wie bekomme ich den zum Reden? Hm, was ist das? Ich bin Anwalt. Im Moment untersuche ich einen Mord. Hm, hm, ja, was soll dein zorniger Blick? Gewalt ist keine Lösung. Hm, ja. Morgen ist die Verhandlung. Und ich hätte wirklich gerne Informationen von Ihnen. Ist das so? Tja, weißt du, ich denke, ich könnte dir ein kleines Geheimnis mitteilen. Was wäre das? Eigentlich bin ich nicht der Direktor. Wollen Sie mich veräppeln? Jeder mit einem halben Fliegenhörn wusste das. Äh, wie meinst du das? Muss ich ihm das erklären? Nun, Moment mal, ich gebe dir etwas. Echte Informationen, okay? Eigentlich bin ich die, weißt du, ich bin die wandelnde Lexipädie hier. Wie mein die wandelnde Enzyklopädie? Ja, ja, genau. Und meine Spezialität sind seidenweiche, richtig heiße Patientinnen. Ich weiß einfach alles über sie, aber es ist mir peinlich, darüber zu reden. Ja, wie wäre es, wenn sie solche Infos für sich behalten? Wie auch immer, du wolltest doch etwas über Fräulein Innie-Meini wissen. Fräulein Innie-Meini? Okay, dieses Mädchen, ich kann mich sehr gut an sie erinnern, sehr gut. Okay, gut. Wir mussten unsere Anwaltsmarke vorzeigen. Okay, gut. Ich habe jetzt auch wirklich alle Beweise durch, die ich ihr euch zeigen kann. Sag mir bitte, was sie über Innie-Meini wissen. Ja, dazu komme ich noch. Vertrau mir, das mache ich. Jedes Mädchen, stimmt, sie wurde hierher verlegt, aus dem Allgemeinkrankenhaus. Das war, ja, vor allem ja. Sie war eine von diesen Notfällen. Was fehlte ihr? War sie krank? Krank? Nee, nee, nee. Sie war verletzt, nicht krank. Das erkannte ich mit meinem geschulten Auge. Jupp, ich sah, wie riesig die Verletzung war. Eine riesige Verletzung? Ihr ganzer Körper war völlig in Bandagen eingehüllt und ihr Arm war eingegipst. Das klingt wirklich ziemlich übel. Ja, es war ein Unfall. Die sind beängstigend, die Autos, nicht wahr? Auto? Sie meinen, es war ein Verkehrsunfall? Jupp, dabei hat sie diese schreckliche Verletzung erlitten. War in der Zeitung. Ja, ich habe alles nachgelesen. Es war schrecklich. Will ich überhaupt danach fragen, was mit dem alten Mann nicht stimmt? Gerade eben haben sie etwas von einer großen Operation erwähnt. Meinst du etwa Frau Inis Operation? Ja, Frau Inis. Das war ein höllischer Unfall. Ja, ihr ganzes Gesicht war verbrannt wie Toastbrot. Das war schlimm, sehr schlimm. War es wirklich so schlimm? Es war gut, dass Frau Ini ein Foto von sich dabei hatte. Ich habe gehört, dass ihr Gesicht anhand dieses Fotos rekonstruiert wurde. Foto? Das Mädchen, nun, sie hatte gerade erst ihren Führerschein bekommen. Nun, sie hatte zufällig ein Führerscheinfoto dabei. Nun, also, ich bekam ihr Foto zur Erinnerung. Ja, nun, habe es wohl eher gemobst. Ähm, ein Verstoß gegen die Berufsehre? Oh, Moment mal. Was, ein hübsches Mädchen wie sie. Ich wette, sie hat viele Bilder von sich. Ah, sicher. Das ist ein Schatz. Mein Schatz. Mein. Mein Schatz. Was ist aus dem Führerschein geworden? Er weiß, ich habe nicht danach gefragt. Ist wohl im Auto verbrannt. Führerscheinfoto zur Gerichtsaktion zugefügt. Inis Foto für einen Führerschein. Direktor Hottis gehüteter Schatz. Ähm. Da habe ich jetzt aber tatsächlich ein paar Fragen. Was ist denn, wenn eigentlich die kleine Schwester gestorben ist beim Autounfall und diese Mini-Meini ihr Gesicht, also, ähm, das Gesicht sozusagen rekonstruiert bekommen hatte von ihrer Kleinschwester. Und das ist gar nicht Ini-Meini, sondern Mini-Meini. Steht er? Äh, wäre ja eine Möglichkeit. Ähm, sie haben also Informationen zu Inis Unfall nachgelesen, richtig? Jupp, jupp, gewiss. Ja, ich habe jede Zeitung gelesen, die damals darüber berichtete. Was war das für ein Unfall? Wissen sie das noch? Ja, warte mal, ich hole ihn für dich. Den Artikel meine ich. Hä? Sie, sie haben ihn? Nun, nun, verstehe mich nicht falsch. Ich dachte mir, dass mal so, dass mal so etwas passiert. Total besessen. Aber von dem könnte ich lernen, wie man einem Hinweis nachgeht. Hier ist der, hier ist der, ja. Auf diesem Artikel saß Ruini auf dem Beifahrersitz. Auf dem Beifahrersitz? Und hat geschlummert, so heißt es zumindest. Ein heftiger Ruck hat sie aufgeweckt und sofort war sie von Flammen umhüllt. Ruini kämpfte mit der Tür, öffnete sie schließlich und kam irgendwie raus. Jedenfalls können Sie all die Details in den Artikeln nachlesen. Zeitungsausstand 2 in der Gerichtsakte. Aktualisiert. Neuer Hinweis, dem sollte ich wohl mal nachgehen. Es ist ein halbes Jahr her, dass Ruini operiert wurde und sich erholt hat. Sie wurde irgendwann im Dezember letztes Jahr entlassen. Das ist schon ein halbes Jahr her? Ja, also, wie war ich? Ich war eine echte Hilfe, nicht? Ja, vielen Dank. Ja, nun, dann werde ich mal wieder zurück auf mein Zimmer gehen. Grüße, Frau Inie, von mir, okay? Ich muss jetzt auch gehen. Ja, okay, ich muss jetzt unbedingt hier raus. Können wir da mehr über den Zeitungs... Das ist doch jetzt der Zeitungsausschnitt. Okay, so. Albtraum auf dem Highway. Mimmi, meine war Krankenschwester an der chirurgischen Klinik Dr. Grey, in der 14 Patienten versehentlich an einer Überdose starben. Alles reiner Zufall? Also, ich sehe das jetzt als Möglichkeit tatsächlich, dass Inie Mimmi ist. Hey, wie war's? Warst du in der Klinik? Ja, ich habe einiges herausgefunden, glaube ich. Was ist los? Du siehst nicht so gut aus. Ah ja, die alte Oma hat vorhin die Bullen gerufen. Hä? Die Bullen? Warum sollte morgen die Polizei rufen? Sie meinte, sie müssten ihnen was sagen. Jetzt wird es jedenfalls interessant. Aber mal ehrlich, ich sagte, die Oma hat einen Knoten in ihren Strapsen. Tja, Schätze, so könnte man es auch sagen. Es fängt immer klein an, weißt du. Sich den Platz der Meisterin erschleichen und die Leute im Dorf kontrollieren. Und siehst du, was jetzt daraus geworden ist? Ein Mord wurde daraus. Ja, was für ein Chaos. Moment mal, warten Sie. Was? Das Zeug, von dem sie gerade sprachen. Davon habe ich vorher nie was gehört. Hey, wirklich? Nun, für den Rest der Welt sind das olle Kamellen. Nun, entschuldigen Sie, dass ich kaum auf Gerüchte achte, während ich Menschen rette. Sie sprachen von dem Erschleichen des Platzes der Meisterin? Zurzeit ist die Meisterin das Medium namens Misty Faye. Aber diejenige, die wirklich die Meisterin hätte werden sollen, war die alte Oma. Morgen hätte die Meisterin werden sollen? Wissen Sie, wo Ine ist, Lotta? Ja, ich habe sie erst vor kurzem gesehen. Sie hält sich im Hauptgarten auf. Okay, danke. Willst du sie etwas fragen? Ja, ich habe eine ganze Liste von Fragen, die nur sie mir beantworten kann. Wie ich gehört habe, war immer die älteste Tochter die Meisterin. Die älteste Tochter? Sieht so aus, als wäre die alte Fledermaus die ältere Schwester von Misty Faye. Es heißt, die ältere Schwester hätte für gewöhnlich die größere spirituelle Kraft. Jetzt, wo sie das sagt, Maya hat vor langer Zeit dasselbe erwähnt. Sie warnte mich, dass ich Mias Kraft nicht unterschätzen soll. Nun, wie auch immer. Irgendwie hat die gute Oma gegen ihre jüngere Schwester Misty verloren. Verstehe. Ich habe gehört, dass sich die Bürger gegen sie wendeten. Sie sagten Dinge wie, sie ist die Älteste, aber ihr fehlt die Kraft, die nächste Meisterin zu sein. Wow, das ist mir völlig neu. Was wäre denn passiert, wenn morgen stärker gewesen wäre? Mayas Familie wäre zur Zweckfamilie degradiert worden, glaube ich. Ja. Das habe ich jetzt schon auch länger im Verdacht gehabt, dass morgen eben irgendwie mit in der ganzen Sache steckt. Aber, bevor wir uns darum kümmern, müssen wir jetzt erstmal mit Inie reden. Hey, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt genug, um ihr Geheimnis zu enträtseln. Äh, was soll denn dieser unheimliche Ausdruck in ihrem Gesicht? Okay. Let's go. Zeit, die Wahrheit rauszufinden. So, also die, das wissen wir schon. Deswegen skippe ich jetzt hier durch. Das hatten wir ja schon. Da hatten wir drüber geredet. Und zwar ihr Unfall. Ich möchte Sie etwas zu Ihrem eigenen Autounfall... Ich kann nicht mehr lesen. Autounfall fragen. Mich? Ja. Wow, wie seltsam. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Können Sie beweisen, dass ich hier in einen Unfall verwickelt war? Äh, ja, kann ich, nein. Ich habe mich verklickt. Ah, tut mir leid, tut mir leid. Müssen wir das hier nochmal machen. Mein Gott, ey. Ich bin heute wieder verpeilteit pur in Person. So, durchskippen. Das hatten wir, das wissen wir. So, und zwar dein Autounfall. Zack. Dein Autounfall. Und ja, ich kann es beweisen. Und jetzt Beweise klicken. Zack. Und der Zeitungsaufschnitt. Können Sie sich das mal ansehen? Das ist ein Artikel von vor einem Jahr. In dem Artikel steht, Innie meine gibt Interview zum Unfall. Die waren schwer verletzt und musste ins Krankenhaus, nicht wahr? Moment mal, was ist denn? Das bin ich nicht. Hä? Ich meine, diese Person hat demselben Namen, aber das bin echt nicht ich. Mein Name Innie Meini gibt es ziemlich häufig. Was reden Sie denn da für ein Zeug? Der Name Ihrer Schwester Mimi Meini wird auch erwähnt. Total, wow, was für ein gruseliger Zufall. Ich bekomme schon totale Gänsehaut. Glauben Sie, ich werde Sie so leicht von der Angel lassen? Also, was nun? Haben Sie etwas, das total beweist, dass ich im Krankenhaus lag? Das ist der Beweis. Was hat denn dieses Bild zu bedeuten? Das habe ich in dem Krankenhaus bekommen, in dem Sie lagen. Na und? Dort war ein gewisser Patient, er war ein großer Fan. Zum Andenken an ihren Aufenthalt klaute er dies. Das Foto sieht aus wie sie. Dieser unheimliche Schwindler, der vorgab, der Direktor zu sein. Bin Sie jetzt bereit, mir von dem Unfall zu erzählen? Einen Moment. Okay, also ich war in einem Unfall verwickelt, sicher. Aber das hat absolut null mit diesem Mord zu tun. Doch, hat es schon. Sehen Sie sich diesen Artikel an. Da steht, dass eine der Frauen starb, richtig? Und? Diese Frau, die starb. Wer war ihres Erachtens damit gemeint? Glauben Sie, die Frau, die bei dem Unfall starb, könnte... Ich glaube, es war ihre Schwester, Mimi Meini. Mimi? Sie saßen in dem Auto, das ihre Schwester steuerte. Sie beide waren zusammen, als der Unfall passierte. Es war ein und derselbe Unfall. Gut, und jetzt haben wir das Lock gelöst. Es tut mir furchtbar leid, ich bin... Heute bin ich nicht so wirklich auf der Höhe. Bin komplett verpeilt und in der Spur. Und verdrück mich hier die ganze Zeit. Es tut mir furchtbar leid. Ja, ich bin gefahren. In diesem Auto, gefahren mit meiner Schwester. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Ich saß auf dem Beifahrersitz, als ich einschlief. Und dann ist es passiert. Ich griff mir meine Handtasche und flüchtete durch die Beifahrertür. Und ihre Schwester? Ich konnte nichts tun. Das Auto war voller Rauch. Ich konnte nichts sehen. Tut mir leid. Hat Dr. Gray den Unfall durch das Verabreichen von Schlaftabletten verschuldet? Er war voll hinter meiner Schwester her. Er hat das gemacht, um es meiner Schwester total heimzuzahlen. Ich frage mich. Damit hat Inie einen guten Grund, Dr. Gray töten zu wollen. Es scheint so einfach zu sein, nicht wahr? Was meinen Sie? Aber es wäre sehr schwer, mir das nachzuweisen. Eigentlich dürfte das unmöglich sein. Was? Ich glaube, Sie verstehen schon. Ich werde Ihnen eine Lektion in Demut erteilen. Ich hoffe, Sie genießen sie. Mehr können wir jetzt mit ihr aber nicht reden. Dann ist die Frage. Okay, jetzt hat sich... Genau, jetzt verändern. Okay. Okay. Ähm. Okay. Hier hat sich jetzt was getan. Geht so aus, als würde etwas passieren. Stopp, 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 lass sie meine Mutter in Ruhe. Au, hey, ganz ruhig. Okay, meine Liebe, ich werde ihr nicht... Pearl, Liebes, es ist schon in Ordnung. Ich bin kurz mit diesem jungen Mann draußen. Mutter, bitte lass mich mitkommen. Nein, du musst hierbleiben und das Anwesen beschützen. Aber... Oh, mach nicht so ein Gesicht. Pass mal auf. Ich zeige dir etwas ganz... Inspektor, treiben Sie es nicht auf die Spitze. Tut mir leid. Armer Gamsho. So von morgen am Ohr gezogen zu werden. Mutter. Das ist noch nie passiert. Pearl. Herr Nick. Ich habe ein richtig mieses Gefühl, dass ich nicht los werde. Ich glaube, dass etwas wirklich Schlimmes passieren wird. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich wirklich, Herr Nick. Sag was, Wright. Irgendwas. Ich bin eine echte Niete. Herr Nick, was ist... Was ist mit der mystischen Maya? Hier wird nichts passieren. Ich glaube, ich habe genug Beweise gesammelt. Die mystische Maya, sie muss sich sehr einsam fühlen. Bitte, Herr Nick, besuchen Sie sie. Ja, aber ich kann dich auch nicht einfach hier alleine sitzen lassen. Mir wird schon nichts passieren. Bitte, die mystische Maya braucht sie an ihrer Seite. Ihr Blick ist ganz schön stechend. Okay, ich schätze, dann werden wir nochmal zur Strafanstalt gehen. Frag mich aber jetzt, warum morgen mit Gamsho mitgegangen ist. Du musst mich ganz schön warten lassen, Phoenix. Mia! Nun, wie laufen die Vorbereitungen? Ich glaube, ich habe jetzt genug Beweise und Informationen. Glaube ich. Morgen wird alles auf deinen Schultern lasten. Ob Maya schuldig oder freigesprochen wird, eine ganz schöne Last. Hm. Wenn ich mich recht entsinne, hatte Mia selbst einige psychischen Blockaden. Mia, ich werde mir die letzte Information beschaffen, die ich noch benötige. Sicher, versuche es nur. Das ist, dass Mia uns das, diese, dass die, dass die Frau uns das nicht so einfach macht. Ähm. Okay. Komm schon, Phoenix. Wir haben keine Zeit, uns mit solchen Dingen zu befassen. Wir müssen möglichst viel für den Mocking-Prozess herausfinden. Ach, komm schon. Ich darf deine Psy- Deine Psy-Locks nicht durchbrechen jetzt? Ich dachte, ich darf das, ähm. Oh, ich habe noch nicht alles, ähm, alles mit ihm besprochen. Mia, ja. Mia, du weißt doch etwas, oder? Über den Wahnmörder, meine ich. Okay. Da sind die Loks und die müssen wir jetzt nicht brechen. Warum glaubst du das? Es ist manchmal ziemlich anstrengend, die Geheimnisse anderer Menschen zu sehen. Sieht so aus, als müsstest du deinen Gedankengang erklären. Ja. Sich mit Mia geistig messen. Auf geht's. Hempstab! Phoenix. Du glaubst, ich verheimliche die Information über eine Person, stimmt doch? Ja. Nun gut, dann sag mir, wen ich deines Erachtens nach schütze. Hempstab! Morgen Faye natürlich. Es gibt niemand anderen, den du so schützen würdest, Mia. Gut gemacht, aber... Während der Mord verübt wurde, befand sich meine Tante mit all den anderen vor der Tür. Das heißt, sie hat bereits ein Alibi. Das stimmt. Zeig mir irgendeinen Beweis, der den Verdacht auf meine Tante lenkt. Ähm... Hempstab! Der Beweis ist dieser Stofffetzen. Den habe ich in dem Verbrennungsofen beim Holzstück gefunden. Er ist aus demselben Stoff wie Mayas Kostüm. Mal abgesehen von dem Blutfleck. Du meinst von dem Kostüm, das Maya zur Zeit des Mordes trug? Ja. Aber als Maya verhaftet wurde, trug sie ihr Kostüm. Das bedeutet nur, dass jemand ihre Sachen ausgetauscht hat. Ihre Sachen ausgetauscht? Aber warum? Ich weiß nicht, warum. Aber es gibt nur eine Person, die das getan haben könnte. Die eine Person, die sich um Maya gekümmert hat. Meine Tante. Was hat dieser Blick zu bedeuten? Deine Argumentation ist zu löchrig. Ha? Du hast keinen Beweis, dass dieser Stofffetzen wirklich von Mayas Kostüm stammt. Aber dieses Blut... Und weißt du jetzt, wessen Blut das ist? Du weißt es nicht, oder? Kannst du beweisen, dass dieser Stofffetzen von Mayas Kostüm stammt? Ich glaube, das ist der Beweis, nach dem du suchst. Der Schlüssel zum Beschwörungsraum? Zu Beginn der Beschwörung war Maya im Besitz dieses Schlüssels. Und dennoch ist er auf magische Weise im Ofen im Hauptgarten gelandet. Du hast recht. Aber Maya hat es mir doch so gesagt. Bei der Beschwörung befand sich der Schlüssel in meinem Ärmel. Und sowohl der Schlüssel als auch... Und sowohl der Schlüssel als auch der Stofffetzen wurden in dem Ofen gefunden. Das heißt, dieser Stofffetzen war ein Teil von Mayas Kostüm. So sieht es jedenfalls aus. Irgendjemand hat ihr andere Kleider angezogen. Und hat dann das Kostüm, das sie getragen hatte, in den Verbrennungsofen gesteckt. Es gibt nur eine Person, die das getan haben könnte. Ja, eine Person, die sich um Maya gekümmert hat. Meine Tante. Genau. Das hast du sehr gut gemacht, Phoenix. Dankeschön. Solange du diese beiden Beweisstöcke hast, kannst du meine Tante verdächtigen. Wie auch immer. Wie auch immer? Ich schon anfangs sagte, meine Tante hat ein Alibi. Ja, sie war die ganze Zeit mit uns zusammen. Das ist meine letzte Frage. Dafür musst du mir keine wasserdichten Beweise liefern. Aber ich möchte es wissen. Wenn sie die Schuldige ist, wie hat sie den Mord verübt? Und wie sie es getan hat? Ich würde gerne hören, was du darüber denkst. Wen oder was benötigte meine Tante, um Dr. Grey zu töten? Inni Meini. Inni Meini. Sie ist die Antwort auf die letzte Frage. Das heißt, meine Tante und Inni Meini stecken unter einer Decke. Die ganze Zeit schon lässt mir etwas keine Ruhe. Dieses Verbrechen hätte nicht von einer normalen Person verübt werden können. Die Person musste viel über das Feiernwesen und das Dorf selbst wissen. Aber Morgan hat bereits ein Alibi. Ja, deswegen komme ich nicht dahinter, wie es geschah. Wir können davon ausgehen, dass Inni Meini irgendwie darin verwickelt ist. Aber wir haben ein großes Problem. Ein Problem? Womit? Wir haben kein Motiv. Warum sollte morgen Dr. Grey töten wollen? Wozu war das gut? Außerdem wissen wir nicht sicher, ob sie mit Inni zusammengearbeitet hat. Mia scheint auch keinen Schimmer zu haben. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Überleg mal, Phoenix. Warum sollte meine Tante so etwas tun? Damit Maya verhaftet wird und die Faith-Familie degradiert wird. Damit Morgens Familie wieder zur Hauptfamilie wird. Und warum macht sie das auf eine derart hinterlistige Weise? Weil Mutter, sie ist der Schlüssel zu alledem. Mutter? Wessen? Meine? Nein, nicht albern. Meine natürlich. Misty Faye. Mias und Mayas Mutter? Warum bringt sie die jetzt ins Spiel? Nun denn. Sieht so aus, als hätten wir alles gesammelt, was wir konnten. Nun müssen wir morgen nur noch gewinnen. Dann wird sich alles aufklären. In Ordnung, Chefin. Wir werden nicht verlieren. Das hoffe ich zumindest. Das hoffe ich zumindest, dass wir nicht verlieren werden. Okay, Fortsetzung folgt. Ja, das war ein holpriger Part. Leider, ich habe mir, ich habe da jetzt auch einige Sachen falsch geklickt. Ich habe mich verdrückt und bin einfach leider heute ein bisschen verpeilt. Aber ja, verpeiltheit pur, das verpeiltheit pur, ich kann auch nicht mehr reden. Das hat sich in diesen ganzen Jahren halt nicht geändert. Das ist immer noch ein Teil von mir. Gut, wir haben alle Informationen gesammelt, die wir sammeln können. Denn jetzt geht es daran, im morgigen Prozess zu beweisen, dass Morgan und Ini Meini die Schuldigen sind. Und dass Maya nichts mit dem Mord zu tun hat. Und ich hoffe, das können wir beweisen. Hier gibt es jetzt aber erstmal einen Cut. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns sehr, sehr gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.